Schmeiß dich drauf! Hier sind wir jetzt in einem Familienzimmer. Das einzigste Schöne ist hier, man hat separate Schlafzimmer, große, begehbare Dusche und man hat alles mit drin dabei. Hier ein großer Bad, hier gibt es eine Kaffeemaschine für den ersten Hafe. Und hier haben wir dann das Kinderzimmer, separat. Das ist halt echt ganz toll mit separaten Türen, separaten Spiegel. Und wir haben die Zimmernummer 811.